der frühe vogel liebe zuschauerinnen und zuschauer und damit herzlich willkommen der frühe vogel fängt nicht nur den wurm der fängt heute morgen auch wunderschöne alte autos wir sind unterwegs zu einer meiner lieblings veranstaltungen wir sind unterwegs zur größten veranstaltung im historischen motorsport zum oldtimer grand prix am nürburgring so wir sind jetzt hier im neuen fahrerlager am nürburgring direkt neben der rennstrecke ja was ist das besondere am oldtimer grand prix für mich wir sind heute bei der 49 auflage und das faszinierende an diesen alten fahrzeugen ist nicht nur die ungeheure vielfalt sondern dass ein großteil dieser fahrzeuge einfach noch in der lage ist rennsport zu betreiben man diese fahrzeuge heute noch jahrzehnte nachdem sie auf der rennstrecke unterwegs waren wirklich noch im harten rennsport einsatz sehen kann und das werden wir euch liebe zuschauerinnen und zuschauer aber heute im lauf des tages auch noch präsentieren hier sind wir neben der startausstellung hier bereiten sich die fahrzeuge vor die teilnehmer der nächsten rennen bereiten sich hier vor und da gehen wir jetzt mal durch und zeigen ihnen wie das hier aussieht das ist natürlich ein großes gerusel hier bevor es dann raus geht in die startaufstellung hier hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Oldtimer Grand Prix ist natürlich nicht nur Rennsport, zwar in erster Linie Rennsport, aber er ist auch so etwas wie ein rollendes Museum. Und dafür sind wir jetzt genau am richtigen Platz, nämlich im alten Fahrerlager. Hier sehen Sie also die Fahrzeuge, die Sie eben auch auf der Rennstrecke gesehen haben. Alte Formelfahrzeuge, alte Le Mans Fahrzeuge, aber der OGP, der Oldtimer Grand Prix, ist natürlich viel mehr als nur Rennsport. Das sind auch alte Stände hier, wo man sich ein bisschen umgucken kann. So, liebe Zuschauerinnen! Liebe Kolleginnen und Zuschauer, wir sind jetzt hier quasi im Herzen der Nürburgring-Rennstrecke, der Grand Prix-Strecke. Und die 49. Auflage des AVD Oldtimer Grand Prix, nach zwei Jahren endlich, wird hier wieder historischer Motorsport zum Allerfeinsten geboten. Und wir freuen uns darauf, dass wir Sie hier ein bisschen mitnehmen können, denn hier ist wirklich alles geboten. Von den kleinsten Zwergen, in Anführungszeichen, mit gerade mal ein paar hundert Liter Hubraum, über große, acht Zylinder, großvolumige Fahrzeuge, K&M-Fahrzeuge, Le Mans-Fahrzeuge, bis zu Formel-1-Fahrzeigen aus den 1960er Jahren. Und das ist also wirklich historischer Motorsport vom Feinsten. Und drei Tage geht es hier runter, Nürburgring 500 Fahrzeuge sind hier unterwegs, aus wie vielen Nationen auch immer. Auch das war ja im vergangenen Jahr nicht der Fall. Durch die Reisebeschränkungen war das ja im vergangenen Jahr auch sehr, sehr viel kleiner. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute nochmal hier sein dürfen und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen in Anführungszeichen richtigen AVD Oldtimer Grand Prix zeigen können, bevor wir dann im nächsten Jahr zur 50. Auflage hier sein werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017